Der Tag beginnt mit News. Herzlich willkommen. Hier ist News Live. Guten Morgen. Es ist Mittwoch, der 3. Juli 2024. Darüber spricht Deutschland heute. Unglaublich schriftlicher Befehl an der Bundeswehr-Uni in Hamburg. Die Soldaten dürfen während der EM keine Deutschland-Flaggen aus ihren Stuben hängen. Doppelmoral vom Feinsten. Obwohl die Grünen vehement das Nachtflugverbot durchgesetzt haben, fliegt Außenministerin Baerbock mitten in der Nacht von Frankfurt nach Luxemburg. Der deutsche Sommer ist so kalt. Die Behörden zählen nicht mal mehr Hitzetote. Trotzdem spricht man im Deutschlandfunk von einer bevorstehenden Hitzewelle und wie man sich davor schützen muss. Im Studio heute Morgen unsere sensationellen, grandiosen, großartigen News-Reporter Pauline Voss. Grüß dich. Guten Morgen. Und Julius Böhm. Hallo. Guten Morgen. Ich bin Alex Puruka und ich bin sehr stolz, denn wir haben hier eine brandneue Rubrik bei News Live. Und die Rubrik heißt Themen, die es nicht in die Sendung geschafft haben. Eines dieser Themen ist Amira Pocher hat eine Neun. Und wir können Ihnen versprechen, dass es dieses Thema auch morgen nicht in diese Sendung schaffen wird. Das nur so am Rande. Aber Olli Pocher wird das trotzdem nicht gefallen. Beides nicht. Da muss er jetzt durch, liebe Freunde. Und jetzt wird es wirklich bizarr. Alle Flaggen sind umgehend zu entfernen. So lautet der schriftliche Befehl des zuständigen Feldwebels an die Soldaten der Bundeswehr-Universität in Hamburg. Die Mail mit dem Betreff Flaggenparade liegt News vor. Das bedeutet, das Aufhängen von Flaggen aus den Fenstern oder außen am Wohngebäude sei nicht gestattet. Die Soldaten dürfen also keine Deutschland-Flaggen anlässlich der Fußball-EM im eigenen Land aus ihren Stuben hängen. Darüber reden wir jetzt bei News Live. Ja, Julius, hier liegt ja exklusiv der schriftliche Befehl vor. Was genau steht da drin? Ja, es war eine Mail, die am Montag rausging an die rund 600 Soldaten, die an der Bundeswehr-Universität in Hamburg, Helmut-Schmidt-Universität studieren und sich dann zu vollwertigen, höherbeamtigen Soldaten ausbilden lassen. Und viele von denen wohnen in den sogenannten Klinkerbauten am Rande des Campus. Das sind so alte Backsteingebäude, das erkennt man gut, sieht halt aus wie so eine länglich gebaute Kasernen. Und dort hatten wohl einige, beziehungsweise sehr viele, wie unser Informant gesagt hat, Studierende und Soldaten, Flaggen aus den Fenster gegangen. Sogar französische Flaggen, weil aktuell auch Kadetten aus Frankreich in Hamburg stationiert sind zum Austausch. So eine schöne Sache eigentlich. Könnte man meinen. Und da wurde dann vergangene Woche schon gesagt, so Leute, das dürfen wir nicht, machen wir nicht, hängt die Flaggen bitte ab. Und darauf gab es hin wohl so eine Art Streisand-Effekt. Also ich mache ein Thema auf und es wird dadurch viel größer und alle Leute haben plötzlich Flaggen aufgehangen. Auf beinahe jedem Fenster wurde uns berichtet, hingen Deutschlandflaggen bis zum Montag, als dann Schluss mit lustig war. Und eben dieser Befehl rund geschickt wurde per E-Mail an alle 600 Leute, die da leben und wohnen. Und man muss wissen, die Soldaten, die sind da nicht untergebracht für vier Wochen oder so. Das ist deren erster Wohnsitz in diesem Augenblick. Diese Stube ist ihr Zuhause und offenbar wollten da einige Flagge zeigen und sagen, EM im eigenen Land finde ich cool, Nationalmannschaft spielt besser als gedacht, deswegen hänge ich meine Flagge aus dem Fenster. Leider verboten. Das ist unglaublich. Muss man erstmal kurz sacken lassen an dieser Stelle. Pauline, Verbot bei der Bundespolizei. Jetzt Verbot bei der Bundes... Stopp, bei der Bundespolizei nicht, bei der Berliner Polizei. Genau, bei der Berliner Polizei. Die Bundespolizei darf ja. Da wird also offensichtlich unterschieden. Danke nochmal für diesen Hinweis. Ja, wie wertest du solche Verbote, während die Welt zu Gast bei Freunden ist? Das war ja mal der Slogan bei der Fußball-WM 2006. Ich finde es eigentlich ganz verrückt, dass wir darüber überhaupt diskutieren müssen. Wer das jetzt darf, wer das nicht darf. Und gerade bei der Bundeswehr, das sind Leute, die für unser Land sterben. Die unsere Werte verteidigen. Die ihren Körper, ihr Leben dafür einsetzen wollen. Und die sollen also mit voller Begeisterung uns schützen. Aber wenn es dann darum geht, dass sie sagen, ich stehe für diese Werte und ich zeige das auch mit einer Flagge. Dann heißt das auf einmal, oh Gott, jetzt dürft ihr nicht mehr. Das ist doch völlig absurd. Das kann man doch gar nicht verstehen. Ja. Entscheidend ist ja, wenn die jungen Männer und Frauen in den Einsatz ziehen müssen im Konfliktfall. Dann ist ja hier so eine kleine Deutschlandflagge angebracht, das Hoheitszeichen. Werner schlusslich ihren Westen oft auch noch auf der Brust. Also sie müssen und tragen diese Flagge ja auch mit Stolz. Sie schwören einen Eid auf diese Flagge. Aber es nach außen zu tragen, zu sagen, guckt mal, bei der Bundeswehr-Universität, die Leute, wenn man vorbeiläuft und vorbeifährt, das sind stolze Patrioten. Die lieben das Land, für das sie kämpfen und vielleicht im Einsatz verletzt, verwundet oder sogar getötet werden könnten. Das ist ja eigentlich eine Sache, die wünschenswert ist. Nur offenbar ist das nicht gewünscht. Und die Gründe, beziehungsweise die Begründungen, die würde ich ganz gerne mal ganz kurz reinbringen. Da kommen wir definitiv zu und da wird es natürlich noch bizarrer. Sie werden erstaunt sein, was da denn tatsächlich zutage tritt. Wir haben hier gleich mal einen frühen Kommentar von Heinz Jo. Er schreibt in unseren Live-Chat, Guten Morgen, Deutschland bleibt eine Nation mit Flagge und Hymne. Da muss man stolz drauf sein und darf nicht den Kriecher machen. Das kann man absolut nachvollziehen. Umso toller finde ich die Story, dass die meisten Studenten sich dadurch erst durch dieses Verbot animiert fühlten, die Flagge rauszuhängen. Weil mittlerweile hat es eine Art subversive Kraft in Deutschland, wenn man sagt, ich stehe für dieses Land, ich zeige Flagge. Und das ist ja auch ein komischer Zustand eigentlich, dass es sowas fast verrucht, verbotenes hat, wenn man die eigene Flagge zeigt. Ja, es ist nicht mehr nachvollziehbar. Man hat mittlerweile tatsächlich das Gefühl, man lebt im falschen Film. Wir haben hier noch zwei Kommentare. Röffle schreibt in unseren Live-Chat, würde ein deutscher Soldat sein Leben riskieren müssen für die Regenbogenflagge oder für schwarz-rot-gold? PR schreibt, sie sollen nicht für die deutschen Werte stehen, sondern für die Regenbogenwerte. Und jetzt kommen wir, lieber Julius, zur bizarren Erklärung. Julius, durch das Flaggenverbot, so heißt es, soll, und jetzt kommt's, Verkehrsunfällen vorgebeugt werden. Also wie muss man sich das vorstellen? Wenn keine Deutschlandflaggen aus den Stuben der Bundeswehr-Universität hängen, kommt es also zu weniger Verkehrsunfällen? Ist das die Logik? Ganz offenbar. Also wir haben natürlich, wir haben diese E-Mail zugesandet bekommen von einem Soldaten, der anonym bleiben möchte. Und natürlich reicht das nicht, um darüber zu berichten. Deswegen haben wir die Bundeswehr-Universität angefragt, ob diese Mail echt ist, ob dieser Befehl echt ist, was die Begründung ist, was man sich dabei gedacht hat und so weiter. Und die Ergebnisse der Recherche ist, ja, die Mail ist echt von Freitag, selber Wortlaut in der Antwort der Pressestelle. Und zur Begründung heißt es, es soll ein sauberes, einheitliches und gepflegtes Äußeres der Wohngebäude innerhalb des militärischen Sicherheitsbereiches angestrebt werden, also die militärische Ästhetik gewahrt werden. Und deshalb, ein Grund, sollen die Flaggen da nicht angebracht werden, damit das wunderbare Klinkergebäude, wunderbar Backstein bleibt und eben keine näherfähigen Flaggen dazwischen sind. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Weiter gilt es, aufgrund der aktuellen Wetterlage, das heißen Sommers, und der Nähe zu einer öffentlichen Hauptverkehrsader vorbeugende Maßnahmen zur Unfallverhütung zu treffen, damit unbeaufsichtigt keine Gegenstände auf die öffentliche Straße wehen können. Das heißt, es besteht die Gefahr, wenn ich eine Flagge aus dem Fenster hänge, das Fenster zumache, die da einklemmen und die weht dann da so ein bisschen, dass die entweder optisch die Autofahrer ablenkt, ich weiß nicht, oder sogar wegfliegt und irgendwie einem Fahrradfahrer an die Speiche oder so. Es klingt ein bisschen skurril oder absurd. Es klingen ja alle die Unfalltoten im Jahr durch Flaggen, die auf die Straße gehen. Immer mehr Menschen sterben durch Ablenkung, durch deutsche Fahnen. Das ist in der Unfallstatistik ganz weit oben. Tausende Todesfälle jährlich, weil die Menschen auf deutsche Fahnen sterben. Jetzt will ich ja in der deutschen Bürokratie gar nicht den Vorwurf machen, dass diese Regel nicht wirklich existiert und sich nicht dutzende Millionen Deutsche, die Flaggen im Garten aufhängen, in Wahrheit strafbar machen, weil die den Straßenverkehr gefährden. Wer weiß es denn, ich kann mir das gut vorstellen in Deutschland. Aber es klingt natürlich, um sozusagen zurück zum Ernst zu kommen, absurd. Das sind junge Menschen, die sollen und wollen dieses Land lieben und beschützen und die wollen das zeigen, nach außen hin. Denn, ein wichtiger Hinweis, es ist nur nach außen hin verboten aufzuhängen. In ihrer Stube dürfen die weiterhin eine Flagge ans Bett hängen oder so oder im Flur. Aber dieses nach außen zeigen, die Bundeswehr zeigt sich nach außen als patriotisch und stolz auf das Land und das sind unsere drei Farben. Einigkeit und Recht und Freiheit finden wir klasse. Das ist das, was unterbunden worden ist und nicht sozusagen innerhalb der Stube da weiterhin Flagge zu zeigen. Genau das finde ich aber auch das Verrückte daran, dass quasi der Nationalstolz zu etwas wird, was man nur verschämt im Inneren zeigen kann. Und wenn man sich dieses größere Bild anschaut, wird das ja auch ganz interessant. Also in welcher Situation befinden wir uns in Europa? Wir haben einen Angriffskrieg von Russland. Wir sind auf einmal völlig neu damit konfrontiert, uns verteidigen zu müssen. Momentan übernimmt das die Ukraine, aber wir wissen nicht, wie das die nächsten Jahrzehnte oder Jahre weitergehen wird. Und wir reden in Europa wieder darüber, dass wir wehrfähig sein müssen, dass wir uns wehren können müssen, auch militärisch. Und in so einer Situation, wo sogar überlegt wird, man führt wieder eine Dienstpflicht ein, man möchte junge Menschen dafür gewinnen, dass sie für dieses Land sterben. In so einer Situation sagt man, ja, aber zeigen dürft ihr euren Nationalstolz nicht. Wen will man denn damit für die Bundeswehr gewinnen? Ja, das ist die Frage. Das geht für mich so Hand in Hand mit so Bemerkungen wie zum Beispiel Frau Faeser, Sie müssen sich nicht an unterschiedlichen Orten versammeln, um Ihre Meinung zu sagen. Oder seien Sie bitte ab sofort nur noch nach innen stolz, nicht mehr nach außen. Das ist doch eine völlig kranke Welt, die hier geschaffen wird. Und auf den Aspekt Ästhetik möchte ich auch nochmal eingehen. Ich meine, ich verstehe das ja durchaus. Oder Ablenkung, was Verkehrsunfälle angeht. Hätten die Soldaten da jetzt Pin-Up-Fotos von Pamela Anderson rausgehängt, weißt du, so an der Kaserne, dann hätte ich den Befehl noch verstanden. Das hätte vielleicht zu Verkehrsunfällen führen können. Aber dass eine Flagge zu Unfällen führt oder gar zur Verlotterung eines Gebäudes, das ist so dermaßen unverständlich, dass man sich mit mehreren Händen gleichzeitig an den Kopf fassen muss. Hier schreibt Lars O. ganz kurz noch einen Kommentar, dann kannst du gleich weitermachen in unseren Chat. Die Soldaten haben ein Eid auf Schwarz-Rot-Gold abgelegt. Unfassbar, kein Mensch versteht es. Es geht nicht nur bei uns in den Kommentaren ab, es gibt auch, ich weiß nicht, dass jüngere Menschen kennen das, die App Jodel, das ist so eine anonyme Chat-App, funktioniert ähnlich wie Reddit und dergleichen, gerade für Studenten. Und in der Münchner Jodel-App geht es natürlich auch ab, weil da ja viele Studenten und Soldaten, beziehungsweise studierende Soldaten, wie auch immer man das nennen soll, unterwegs sind. Und da schreibt einer, der Stab betreibt einfach mit Vorsatz Zersetzung. Ansonsten kann man sich dieses Verhalten nicht erklären. Hashtag Flaggen geht. Also das sind natürlich auch junge Menschen. Ich habe gestern auch mit mehreren Soldaten gesprochen und telefoniert. Die haben am Telefon, die, die die Geschichte noch nicht kannten, ungläubig, quasi man hat das Stutzen gehört am Telefon, weil man einfach denkt, Leute, was soll das denn? Und man merkt, dass sich diese Entwicklung durch die, dass die Politisierung sich auch durch unsere Streitkräfte am Ende zieht. Und dass auch dort Dinge wichtiger sind, als am Ende verteidigungsfähig zu sein, gute Ausrüstung zu haben, zu wissen, was man im Einsatz tut. Dass viele politische Dinge mit reinkommen. All diese Dinge, die am Ende, ja, die wir als Vogue beschreiben, die unter der Regenbogenflagge zu verorten sind, dass die immer wichtiger werden. Im Polizeidienst wird das immer wichtiger, wie man wen anzusprechen hat und wie man die alten Kollegen da mal einen Knuff gibt, falls die irgendwie das falsche Pronomen gewählt haben oder wie man die auch anschwärzen kann. Und so sind alles Themen, die werden auf Polizeischulen und eben auch bei der Bundeswehr-Uni mehr und mehr in den Fokus genommen, statt dass die Kernaufgabe, die Ausübung, die Ausübung des Auftrags, das Land zu sichern, das Land zu verteidigen und, ja, für Deutschland am Ende im Notfall da zu sein. Ja, es geht eben darum, vermehrt darum, Haltung zu zeigen. Und die deutsche Flagge gehört offensichtlich zu dieser Haltung nicht mehr dazu. Pauline, ich meine, alle Flaggen, ich sage es mal, alle Flaggen sind umgehend zu entfernen. Ich versuche es mal so ein bisschen herrischer darzustellen. Dieser Befehl ist doch absurd. Ich meine, angesichts der Tatsache, dass zum Beispiel beim Christopher Street Days in Hamburg zusätzlich zur Bundesdienstflagge an der Helmut-Schmidt-Universität beziehungsweise der Universität der Bundeswehr Hamburg auch die Regenbogenflagge gehisst wurde. Das wurde ausdrücklich von Bundesinnenministerin Faeser erlaubt. Das ist doch eine Diskrepanz, die kein Mensch versteht. Dieselbe Uni, an der den Studenten verwehrt wird, die Deutschlandflagge rauszuhängen. Die Flaggen beim Christopher Street Day mit der Regenbogenflagge an ihrer Universität. Obwohl das eben überhaupt kein Hoheitssymbol ist. Und obwohl die Deutschlandflagge, das muss man ja auch mal betonen, alle Deutschen einschließt, natürlich auch die Schwulen und die Lesben. Also es gibt überhaupt keinen Grund, eigentlich noch eine Extra-Flagge dahin zu hängen. Ich finde auch interessant, was hier in unserem Chat geschrieben wird. Moment, von Heike Behrens. Genau das Problem, unser Staat hat ein Identitätsproblem. Wie soll sich nun ein Migrant, der einen Verlust seiner Identität hinter sich hat, sich in einem Land wie Deutschland zugehörig fühlen? Und genau das sehe ich auch so. Also wir sagen immer, wir wollen ein Integrationsland sein, aber wir können uns nicht mal darauf einigen, wer sind wir überhaupt? Wollen wir stolz darauf sein, wer wir sind? Sondern wir hängen lieber die Regenbogenflagge raus, als die Deutschland fahren. Ja, Julius, wir kommen vielleicht auch noch mal zu der Pressemitteilung und dem Ästhetik-Aspekt, den du vorhin schon mal angesprochen hast. Die Antwort, die du enthalten hast, da geht ja daraus hervor, dass das im Grunde der Ästhetik dient und unmöglich aussieht, wenn überall Flaggen raushängen. Das haben wir eben schon mal gesagt. Bei der Bundeswehr, die ja sukzessive im Grunde abgebaut werden soll, steht Ästhetik also vor Nationalstolz. Meinst du, dass das die beste Werbung ist? Weil das kann es ja nicht sein. Naja, es gibt ja in diesen ganzen militärischen Bereichen protokollarische Dinge, militärische Ehren, die verstehen, glaube ich, wir als Zivilisten nicht, warum jetzt da 50 Leute in Reih und Glied stehen müssen und das Gewerbe die Schulter haben und das jetzt irgendwie gut und wünschenswert ist. Da hat der militärische Bereich schon so seine eigenen Gesetze. Was ich aber nicht verstehen kann, ist, die Studierenden und Soldaten, die dürfen weiterhin die Flagge von innen ans Fenster hängen. Also man kann sie sozusagen dann leicht verspiegelt, von draußen vielleicht doch noch erkennen, erahnen. Davon wird auch reglich Gebrauch gemacht im Übrigen. Also die jungen Soldaten, die setzen zwar den Befehl um, dass sie nicht mehr da die Flagge rauswedelt, aber sie wird weiterhin ans Fenster geklebt. Also da wird auch so ein bisschen, glaube ich, Aufstand und Provokation betrieben. Und das soll jetzt die Ästhetik nicht einschränken oder verändern oder das einheitliche Backsteinbild irgendwie stören, in Anführungszeichen. Die Deutschlandflacke kann ja nicht stören. Das wundert mich, also diese beiden Begründungen, die sind einfach nicht schlüssig. Sowohl Ästhetik als auch Verkehrssicherheit sind einfach nicht schlüssig. Da muss man einfach sagen, ja, die Universitätsleitung hat da keinen Bock drauf, der hat keinen Bock auf Nationalisten. Bitte nicht machen Tschüss. Dann wäre man ehrlich, würde ich sagen, so wie es auch die Berliner Polizei zum Beispiel sich ehrlich gemacht hat und gesagt hat, möglichst wenig Deutschlandflacken und auch keine Israelflacken beim EM gucken und so. Da muss man, da sollen sie auch die Hose runterlassen und sagen, ich bin hier politisch gefärbt. Ich möchte das nicht Tschüss. Das wäre dann wenigstens mein Wunsch, sich nicht in solche skurrilen Begründungen zu flüchten. Was ich aber sagen muss, ich blicke sehr optimistisch, was das betrifft, in die Zukunft. Weil ich glaube, da wächst eine Generation heran, die so viel staatlich gegängelt wurde, schon in der Corona-Pandemie und die jetzt solche Sachen andauernd erlebt und die so ideologisch auch in eine Richtung gedrängt werden soll, dass die, glaube ich, darauf gar keinen Bock mehr haben und irgendwann anfangen, selbstbewusst zu sagen, wir finden Deutschland auch gut, gerade für die Werte, für die es steht. Man müsste sich diesen Fall mal in die USA übertragen vorstellen. Das ist unfassbar, weil in den USA wird jedes Fest, jedes Footballspiel, alles, da fliegen Düsenjäger über das Land und machen die Farben der Flagge über das Stadiondach. Da wird bei jedem Event wie die Nationalhymne gesungen. Es ist einfach, dieses Land feiert sich selbst in einer möglicherweise sogar übertriebenen und nicht mehr ganz berechtigten Folklore, aber sie lieben es und sie ziehen daraus Identifikation und Stolz und Zusammenhalt und wir Deutschen versuchen uns das irgendwie von oben weg vor allem mit Gewalt abzutrainieren und das ist eine Sache, die, ja, du hast es sehr gut beschrieben, wenn du selbst nicht so richtig weißt, wofür du stehst, worauf du stolz sein sollst, wie willst du es dann Menschen, die hierher kommen, erklären, woran sie sich richten sollen, wonach sie sich richten sollen, woran sie sich halten können, worauf sie, wenn sie denn Teil werden wollen, stolz sein könnten. Naja, zum Glück gibt es sowas wie eine innere Logik und die innere Logik sagt immer mehr Menschen, das stimmt irgendwie was nicht, das können wir nicht mehr nachvollziehen. Dazu passt übrigens zu dem, was du gerade gesagt hast, Jules, einen Kommentar, Prost Mahlzeit, schreibt gerade in unsere Live-Kommentare, in keinem anderen Land der Welt würde man über sowas diskutieren. USA ohne Flagge lächerlich, drei Ausrufezeichen, nur wir reden über sowas oder müssen über sowas reden, weil es einfach völlig krude und bizarr ist. Und jetzt mal ganz ehrlich, Pauline, ich meine, es ist Fußball hier, was gibt es für eine bessere Gelegenheit für ein Land in Europa und der Welt zu präsentieren, sich selbst als Land. Die Flagge symbolisiert nun mal unser Land und unser Stolz auf die Farben und das zu Recht. Nun dieser krude Weg bei der Bundeswehr. Man hat den Eindruck, es geht im Grunde darum, die deutsche Flagge sukzessive aus dem Bewusstsein zu tilgen. Täuscht mich da der Eindruck? Oder was steht dahinter? Was glaubst du? Ich glaube, genau das steht dahinter. Ich glaube auch, dass man in den USA nicht nur nicht über sowas diskutieren würde. Ich glaube, man würde überhaupt nicht verstehen, worüber wir gerade sprechen, weil diese Idee, dass man die eigene Flagge nicht raushängen darf, so verrückt wäre in deren Vorstellung, dass sie das, glaube ich, überhaupt nicht verstehen würden. Aber wenn es nochmal darum geht, um Stärke, also Bundeswehr steht für Stärke, sie sichert unsere westliche Stärke und wenn man aber erlaubt, dass die Regenbogenflagge aufgehängt wird, aber die Deutschlandflagge nicht, dann symbolisiert das für mich gerade auch diesen westlichen Niedergang, dass man eben versucht, eher über Schwäche zu punkten, dass man sagt, wenn wir sagen, wir sind schwach, dann ist das ein Wahrheitenzeichen von Stärke. Wir müssen eigentlich unsere Verbrechen in der Geschichte, unsere kolonialen Verbrechen erstmal aufarbeiten, bevor wir überhaupt irgendeinen Machtanspruch haben dürfen. Und das sehen natürlich Länder überall in der Welt. Sie sehen, der Westen macht sich selber schwach und zwar absichtlich. Und das heißt für uns, wir können stark sein. Die wollen ja offenbar überhaupt nicht mehr kämpfen. Und genau das wirkt sich dann auch geopolitisch aus. Also solche Kleinigkeiten, wo man denkt, ach, es geht ja nur um die Flagge, die haben in Wahrheit eine weitreichende geopolitische Bedeutung. Also du hast ein wichtiger Punkt gesagt. Hier in Deutschland könnte man stolz sein und so weiter, das Feeling mitnehmen. Aber man sieht ja, bei all den Spielen, bei all den Ergebnissen am Ende, die anderen Nationen, die hier zu Gast sind, die hier in Teilen mit großen Diasporas wohnen, die sind einfach viel mehr auf der Straße als wir. Man sieht viel mehr, also jetzt hier in Berlin, ich kann nicht für das ganze Land sprechen, sieht man viel mehr türkische Flaggen, kroatische Flaggen und weiß der Teufel was alles. Die Holländer wohnen hier gefühlt seit drei Wochen einfach viel mehr als Deutsche. Nach so einem Deutschlandspiel ist so ein bisschen auf dem Kuhdamm gehupt, aber gestern Abend, man konnte einfach nicht einschlafen, weil diese Stadt die Luft gejagt wird mit Böllern und Pyrotechnik und die Leute sich freuen, dass ihr Land gewinnt und es ist auch alles schön und gut. Ich freue mich darüber, nur die anderen Nationen, die kochen uns ganz schön ab beim Thema Feiern und Nationalstolz, obwohl das hier unsere Heim-EM ist. Und da muss man auch mal drüber nachdenken, wo ist das hin? Wo sind diese unfassbaren Massen hin, die in jeder Kleinstadt unterwegs waren 2006, als hier Heim-EM war? Und dieses Mal ist es ja schön, dass es viele verschiedene Gruppen sind, die hier Spaß haben, ihren Platz haben, sich selbst feiern, ihr Land feiern. Nur bei der Heim-EM könnte man auch mal so ein bisschen so ein allgemeines Gefühl, das im Alltag mehr spüren, ist nicht der Fall in meinen Augen. Ja, ich sehe es ganz genauso. Man ist fast schon neidisch und gleichzeitig ist es ja so, dass man sich auch über die Freude der anderen mitfreut. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man als Außenstehender denkt, oh Gott, gefährlicher Nationalismus, die werden uns bald erobern, sondern es ist ganz normal, dass ein Land sich darüber freut, wenn es gut ist. Hier habe ich einen schönen Kommentar von Susanne Hartwig, die beschreibt es auch sehr schön, was wir hier gerade erleben. Und die türkischen Flaggen und Autokorsos gestern in ganz Deutschland wurden gerade in den Medien gefeiert. Ich bin so unendlich traurig und wütend, dass wir uns selber so klein machen. Das ist ein Punkt, den du ja auch schon gebracht hast, Pauline. Es ist offensichtlich Teil der deutschen Schuldkultur uns klein zu machen. Und das stößt auch in das gleiche Horn von Herrn Habeck, der mal gesagt hat, Deutschland hat eine dienende Führungsrolle. Es geht ja im Grunde, wir machen den Diener, wir machen den Bückling, wir machen uns klein. Und ich bin da auch bei Julius, es ist erschreckend, wenn man mal schaut, wie wenig Fahnen im Stadtbild tatsächlich unterwegs sind. Also ich habe, glaube ich, keine 50 Fahnen gesehen, seit die EM losgeht an den Autos. Und das ist doch nicht mehr nachvollziehbar. Offenlich wirkt hier der ideologische Druck auf die Bevölkerung, der uns sagt oder sagen soll, Flagge zeigen ist nicht mehr erwünscht. Wobei ich hier auf dem Herweg, muss ich sagen, so einen Kleinwagen, Baujahr 2001 vielleicht gesehen habe, der war komplett. Der war rot, der hatte die Radkappen, waren schwarz-rot-gold, der hatte an allen vier Fenstern ein Fähnchen. Also da war jemand wirklich den ganzen Teddy leergeräumt, wahrscheinlich vor zwei Wochen. Bemerkenswert, wo man auch die Radkappen herbekommt. Aber wie du sagst, das war ein Einzelfall bisher. Schriftlicher Befehl an alle Soldaten, Bundeswehr-Uni verbietet Deutschland-Flaggen am Gebäude. Den Bericht von Julius Böhm, absolut lesenswert. Finden Sie auf unserer Homepage, klicken Sie dafür news.de, n-i-u-s.de. Wo Meinung noch zählt. News. Die Stimme der Mehrheit. Hier ist News Live. An diesem Mittwochmorgen schauen wir in die wichtigsten, größten und relevantesten Zeitungen des Landes. Was steht auf den Titelseiten heute? Was sind die Themen? Bild titelt heute Morgen Kosten für Bürgergeld explodieren. Die FAZ macht mit diesem Thema auf. Kubicki droht Scholz mit Ende der Kanzlermehrheit. Die Süddeutsche Zeitung titelt Orban fordert von Kiew Waffenstillstand. Das Handelsblatt schreibt Finanzkriminalität, Grüne blockieren Geldwäschegesetz und die Welt geht heute raus mit Frankreich-Wahl, was für Deutschland auf dem Spiel steht. Und was auf keiner Titelseite heute Morgen zu lesen ist, ist unsere News-Exklusiv-Geschichte über den erbitterten Streit in der Regierung, über den Bundeshaushalt für das kommende Jahr. Julius, du kannst das vielleicht mal skizzieren. Was ist das da für ein Zoff, der da gerade im Gange ist? Ja, unser Kollege Ralf Schuder hat da eine exklusive Meldung recherchieren können und zwar haben ihm mehrere relevante und entscheidende FDPler gesagt und ich zitiere jetzt mal, es wird keinen Haushalt mehr geben. Bundesfinanzminister Christian Lindner hätte in der Fraktion gesagt, was der Kanzler in der Öffentlichkeit sagt, steht diametral zur Realität. Scholz geht ja in die Öffentlichkeit und sagt, naja, der 3. Juli hat das nicht geklappt, aber am 17. Wenn ich dann vom NATO-Gipfel zurücksehe, haben wir eine Einigung, dann gibt es einen Haushalt und alles wird gut. Und genau da sagt der Finanzminister, das entspricht nicht der Realität, sondern die Realität steht dem diametral entgegen und deswegen erwartet auch entscheidende FDPler, dass es gar keinen Haushalt geben wird. Und jetzt kommt, vergangene Woche war ja Christian Lindner bei News zu Gast zum Interview und hat gesagt, ohne Haushalt keine Regierung. Und der Haushalt bekommt sogar Bedingungen aus seiner Sicht, nämlich die Schuldenbremse wird eingehalten und die Bürger sollen steuerlich entlastet werden. Und wenn diese Dinge nicht passieren, Haushalt mit Schuldenbremse, aber mit steuerlichen Entlastungen, dann wird es keine Regierung geben. Und wenn ich jetzt diese Töne höre aus der Fraktion und aus den Spitzenpositionen der FDP, dann ist das nicht gut fürs Land, weil ohne Haushalt ist so eine Regierung einfach einigermaßen handlungsunfähig und möglicherweise zerbricht daran die Ampel in den Sommermonaten. Genau, Haushalt klingt ja immer so trocken, aber man muss sich klar machen, dass das das zentrale Thema dieser Regierung, weil es darum geht, wie gehen wir mit dem Geld um, was wir haben. Und das ist die Frage, die momentan das ganze politische Berlin in Atem hält. Wird diese Koalition zusammenhalten oder nicht? Und in diesem Gemenge, in dieser Gemengelage muss man jetzt auch die Aussagen von den FDP-Politikern bei News lesen. Das bedeutet also, sie, vielleicht könnte man rein interpretieren, wollen sie einfach auch besonders hoch gehen mit ihren Forderungen vor den Verhandlungen, die jetzt kommen, dass sie sagen, also wenn es neue Schulden gibt, wenn wir die Schuldenbremse nicht einhalten, dann werden wir einen Bruch dieser Koalition herbeiführen. Womöglich handelt es sich aber auch um eine tatsächliche Aussage, vielleicht planen sie das wirklich. Also ich fand sehr interessant eine Aussage von Johannes Vogel, der FDP-Vize ist und der sagt, ein verfassungskonformer Haushalt ist keine Zumutung. Und das muss man ja eigentlich mal... Ich dachte, das wäre eine Selbstverständlichkeit. Ja, aber es war doch mal die Regel. Es war doch mal die Regel. Ich bin ja auch oldschool. Wir haben eine Regierung, die darum ringt, dass sie die Verfassung einhält. Während wir alle Bürger von morgens bis abends uns an alle Gesetze halten müssen, ringt diese Regierung darum, schaffen wir es uns an die verfassungskonforme Regelung der Schuldenbremse zu halten. Und dass das überhaupt diskutiert wird, ist eigentlich verrückt genug in einer Situation, in der wir wahnsinnige Einnahmen als Staat haben. Also wir haben ja kein Einnahmeproblem, wir haben einfach ein Problem der Ausgaben. Da wir jetzt bei dem Thema dann doch eingestiegen sind, möchte ich eine Sache erklären. Es wird ja immer von dem Begriff Sparen und Sparhaushalt und Kaputtsparen und so weiter. Ich habe da in meinem eigenen Format Realtalk länger drüber gesprochen und mal erklärt. Deutschland, der Bund, nimmt 390 Milliarden Euro an Steuern ein, will aber im kommenden Jahr 450 Milliarden Euro ausgeben. Und das soll schon der Sparhaushalt sein. Also man gibt 60 Milliarden Euro mehr aus, als man hat. Klammer auf. Die Schuldenbremse erlaubt. Ein bisschen was an, je nachdem wie die Wirtschaft läuft, an Schuldenaufnahme. Die zählen dann nicht als Schuldenbremse gebrochen. Und obwohl man diese 60 Milliarden mehr ausgeben möchte, als man eigentlich einnimmt, reden Grün und SPD von einem Sparhaushalt. Und es geht halt einfach keiner schwäbischen Hausfrau in den Kopf, die das Geld, was da ist, ausgibt, wobei sie, wenn sie sparen wollen würde, davon nochmal ein Teil weglegt für schlechte Zeiten. Also das Wort Sparhaushalt ist reine Propaganda, ist absoluter Unsinn. Ja. Und jeder muss in seinem Alltag haushalten, aber das Geld, das wir an den Staat geben, das ist ja unser Geld, mit dem sie da hantieren, das wird auf diese teilweise unvertrauenswürdige Weise einfach rausgeworfen, zum Fenster rausgeworfen. Und das ist halt was, was auch das Vertrauen in die Politik schwächt. Naja, es ist ja nicht nur unvertrauenswürdig, es ist ja im Grunde hochgradig unseriös, was wir da erleben. Das ist ein Thema, das wird uns mit Sicherheit noch dauerhaft beschäftigen. Und es wird auf jeden Fall spannend in den nächsten Tagen und Wochen werden. Es ist 8.26 Uhr, gleich heute Morgen hier bei uns. Grüne und Doppelmoral, das gehört ja inzwischen zusammen. Immer wieder liefern uns Lang, Habeck und Co. die besten Beispiele dafür. Diesmal Außenministerin Baerbock, sie flog doch tatsächlich mitten in der Nacht, trotz Flugverbot von Frankfurt nach Luxemburg und dann auch noch Kurzstrecke. Die Grünen und die Doppelmoral gleich hier bei News Live. Ich bin Robert Nowak. Guten Morgen. Der Streit um den Bundeshaushalt für das kommende Jahr droht zu eskalieren. Nach News-Informationen widersprach jetzt Finanzminister Lindner in der FDP-Fraktion der Darstellung von Kanzler Scholz, wonach eine Einigung im Haushaltsstreit noch diese Woche bevorstehe. Ein führendes FDP-Mitglied sagte wörtlich, es wird keinen Haushalt mehr geben. Kanzler Scholz stellt sich nachher den Fragen der Abgeordneten im Bundestag. Vermutlich wird er hier kaum detailliert Auskunft geben. US-Präsident Biden hat sich erneut zu seinem TV-Duell-Desaster geäußert. Bei einer Wahlkampfveranstaltung sagte der 81-Jährige, es sei nicht klug gewesen, kurz vor dem Duell noch um die Welt zu reisen. Er habe nicht auf seine Mitarbeiter gehört und sei dann auf der Bühne fast eingeschlafen. Der Druck auf Biden wächst indes weiter. Ein erster Bundespolitiker der Demokraten hat den Staatschef zum Rückzug aufgefordert. Besonders teure Mieten und ein geringes Angebot an Wohnungen machen den Menschen in Deutschland Sorgen. Acht von zehn Befragten empfinden es als sehr oder eher schwierig, bezahlbaren Wohnraum zu finden. So ist es im sogenannten Gleichwertigkeitsbericht der Bundesregierung zu lesen. Der Report wird heute vom Ampelkabinett beschlossen. Untersucht wurden Unterschiede bei den Lebensverhältnissen in Stadt und Land. Mehr als 100 Menschen, vor allem Frauen und Kinder, sind im Norden Indiens laut Behörden bei einer Massenpanik nach einer religiösen Veranstaltung gestorben. Tausende Menschen hatten sich demnach zu gebeten und einer Predigt versammelt. Die meisten Todesopfer seien erstickt oder niedergetrampelt worden. Bei der Fußball-EM ist das Viertelfinale komplett. Als letztes Team qualifizierte sich die Türkei, die sich am späten Abend in Leipzig gegen Österreich mit 2 zu 1 durchsetzte. Die Türken treffen nun auf die Mannschaft der Niederlande. Die hatten zuvor in München gegen Rumänien souverän mit 3 zu 0 gewonnen. Und das Wetter für Deutschland heute im Osten und Nordosten bewölkt. Zeitweise etwas Sonne, meist trocken. Sonst stark bewölkt oder bedeckt und von Westen und Südwesten her zeitweise Regen. Im Süden am Nachmittag geringe Gewittergefahr. Es bleibt kühl bei 15 bis 20 Grad. Hier ist News, die Stimme der Mehrheit. News live. Einen sehr schönen Mittwochmorgen. Schön, dass auch dieser Tag für Sie mit News startet. Doppelmoral vom Feinsten. Obwohl die Grünen vehement das Nachtflugverbot durchgesetzt haben, fliegt Außenministerin Baerbock mitten in der Nacht von Frankfurt nach Luxemburg. Mit einer Sondergenehmigung. So geschehen am 23. Juni, nach dem im Elbenspiel des DFB-Teams gegen die Schweiz in Frankfurt. Statt die rund 180 Kilometer mit Eskorte auf dem Landweg zu nehmen, setzt sie das Nachtflugverbot außer Kraft und nimmt den Flieger. Ja, wieder einmal fällt die Grünen Außenministerin negativ auf. Es spiegelt im Grunde die Welt wieder, in der sich die Grünen befinden. Und darüber sprechen wir jetzt bei News live. Liebe Pauline, lieber Julius, Flughafen Frankfurt, das ist ja auch die Grünen und der Kampf gegen die Startbahn West, die vornehmlich von den Grünen ab 1980 geführt wurde, dieser Kampf. Wir sehen hier ein paar Bilder von diesem gewalttätigen Konflikt damals, bei dem 1987 auch zwei Polizisten getötet wurden. Für die Grünen stand diese Piste, für Größenwahn der Bundesregierung und Kampf für die Umwelt. Und genau von diesem Flughafen hat Annalena Baerbock alle Regeln des Nachtflugverbots zum Trotz, ja, außer Kraft gesetzt und sich in einen Flieger ins 180 Kilometer entfernte Luxemburg gesetzt. Pauline, du zuerst. Ja, also Annalena Baerbock tut an diesem Abend eigentlich alles, was man nach der grünen Moral nicht tun darf. Sie fliegt erst mal schon per se verdächtig bei Grünen. Dann fliegt sie um 23.54 Uhr, obwohl ab 23 Uhr das Nachtflugverbot gilt. Dann fliegt sie ungefähr 180 Kilometer, also Kurzstrecke, was gar nicht geht, laut den Grünen. Die Grünen propagieren seit Jahren, wie schön es ist, in Deutschland Bahn zu fahren. Ich muss sagen, das geht auch für mich nicht. Also 180 Kilometer fliegen, ich meine, wir als normale Zivilisten, wir müssen ja durch die Sicherheitskontrolle durch und dann mal so Gepäck und bla und so. Das dauert ja viel länger, als einfach sich ins Auto zu setzen, hinzufahren. Ja, oder mit der Bahn zu fahren. Ich fahre meistens dann mit der Bahn. Also, Annalena Baerbock verstößt hier gegen drei der Kernregeln der Grünen und begründet es damit, dass sie eben als Vertreterin der Regierung, dass es da ein höheres öffentliches Interesse gäbe, weil sie erst zu diesem Spiel muss und dann zum Außenminister treffen, der EU-Außenminister eben. Also es zeigt einfach diese Doppelmoral. Erst Regeln erstellen und dann aber sich selbst darüber hinwegsetzen und sagen, also für mich sollen die nicht gelten. Der entscheidende Punkt ist ja, wir wollen jetzt hier bei News niemandem das Fliegen madig machen oder verbieten oder irgendwie schlecht reden. Wir wollen nur, dass wenn Politiker vor einer Wahl Dinge versprechen, Klammer auf, Frau Baerbock hat gesagt, ich als Außenministerin werde neue Standards setzen darin, Linie zu fliegen, Inlandsflüge zu meiden. Wir wollen Inlandsflüge sogar verbieten oder den Sprit so teuer machen, dass Inlandsflüge quasi nicht mehr angeboten werden auf dem Markt. Das war die Prämisse. Und dann das Ganze in einer dramatischen und weltmeisterhaften Form zu brechen, mit den eigenen Ideen Vorstellungen und auch Forderungen an die Bevölkerung komplett zu brechen und einfach das Gegenteil zu tun. Das ist das, was wir Frau Baerbock vorwerfen. Wir kennen die Bilder, wie sie nach Australien geflogen ist und zweimal 50.000 Liter Kerosin über dem Meer abgelassen hat, weil sie irgendwelche Spitzhacken und Netze von den Ureinwohnern da hinbringen wollte, um tolle Fotos zu machen. Und jetzt ist auch der entscheidende Punkt, wenn sie jetzt ganz spontan in die Ukraine zur entscheidenden Friedenskonferenz hin hätte müssen, hätten wir alle gesagt, flieg und sorg dafür, dass das Schießen und das alles aufhört. Aber sie ist von einem Fußballspiel, wo sie tolle Fotos gemacht hat, Hahaha, Selfie, Deutschland Trikot, zu einer Konferenz nach Luxemburg geflogen, die ja offenbar seit Monaten im Terminkalender drin steht. Und dann erwarte ich entweder, ihr sagt das tolle Fußball-Event ab für meine PR und fliege da in aller Ruhe meinetwegen hin aus Berlin. Aus Berlin kann man es auch noch nachvollziehen. Aber weil ich am Abend einen tollen Abend haben möchte und mir dann nicht die drei Stunden im Auto im wohlgemerkt langen Version Audi A8 mit Fahrer und Massagesitzen antun kann und dann um eine Uhr im Bett bin, das ist halt absolute Doppelmoral und da hat kein normaler Mensch Verständnis dafür. Generell nicht und ich frage mich sowieso, ich meine, jeder kann ja sein privates Interesse haben, was hat sie bei diesem Fußballspiel zu suchen, wenn es da so eine wichtige Konferenz gibt, dann streiche ich doch das Fußballspiel. Ich meine, in Deutschland brennt die Hütte, da muss man nicht auch noch ein Fußballspiel besuchen. Und wir gucken mal auf unsere Kommentare, da schreibt zum Beispiel R. Baerbocks Arroganz ist nicht zu überbieten. Rudi schreibt, wenn sich ein Land Baerbock leisten kann, muss es dem Land doch gut gehen. Rüdiger Richter schreibt, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt und LK Design schreibt, Regeln für dich, aber nicht für mich. Das ist das, wie es bei den Menschen ankommt. Ja, Julius, die Grünen haben ja 2024 nichts mehr mit den Grünen von damals der Startbahn West und von diesem Konflikt zu tun. Sie kämpfen ja nicht mehr für die Umwelt, sie kämpfen doch im Grunde nur noch für ihre eigenen Interessen, oder? Wenn man das so mitkriegt. Naja, die Grünen haben sich ja so graswurzelhaft gebildet aus der Anti-Atomkraftbewegung und aus der lokalen Umweltschutzbewegung, dass die Autobahn nicht da lang gebaut wird, wo jetzt die Mobsfledermaus gerade nistet oder so oder irgendwelche Igel und Lurche und Molche, keine Ahnung, das war früher das Thema der Grünen. Deswegen waren und sind die Grünen ja auch die größten Gegner von so wichtigen Stromtrassen, also die Oldschool-Grünen von wichtigen Stromtrassen, Deutschland verteilen sollen, die uns da Probleme machen. Die modernen Grünen, die Annalena Baerbock-Grünen und Ricarda Langgrünen sind die, die die ganze Welt retten wollen, die die Welt im tiefsten Inneren vom Kapitalismus, vom bösen, zersetzenden und ungerechtigkeitsschaffenden Kapitalismus befreien wollen und gleich die ganze Welt mitretten wollen, indem sie Atomkraftwerke ausschalten zum Beispiel. Was eine richtig gute Idee ist, wenn man CO2 sparen möchte, würde ich auf jeden Fall CO2-freie Stromerzeugung einfach abschalten und sie mit Kohle ersetzen. Also da hat man so einen Widerspruch und ich glaube, Annalena Baerbock hat das gar nicht gemerkt, dass vor 30, 35 Jahren ihre Parteigenossen gewaltsamen Krieg gegen diese Startbahn geführt hat, von der sie jetzt wunderbar sanft nach Luxemburg geflogen ist. Mein Vater, der ist Polizist in Pension und der stand damals mit dem Schlagstock und dem Helm auf dem Kopf. Der liegt bei uns zu Hause noch in diesem einen Raum, wo immer der ganze Kram rumliegt, der nie aufgeräumt wird, liegt der Helm noch und der hat sich da von Parteigenossen von Annalena Baerbock bespucken, schlagen mit Steinen und Flaschen bewerfen lassen und bei diesen gesamten Demonstrationen gegen die Startbahn West sind nachdem die Startbahn ja schon gebaut wurde, zwei Polizisten getötet worden. Das muss man einfach, das war ein Krieg gegen eine symbolische dritte Startbahn in Frankfurt, von der Frau Baerbock heute Nutznießerin ist, weil dadurch die Abfertigung in Frankfurt wunderbar besser läuft. Genau und daran erklärt sich eigentlich auch die gesamte Geschichte dieser Partei. Also du sagst, das ist eine Partei, die sich aus so einem lokalen Widerstand gegen Wachstumsprojekte im Grunde mobilisiert hat und gegründet hat. Also man hat gegen alle sichtbaren Zeichen von wirtschaftlichem Wachstum und Boom gekämpft. Dafür stand auch die Startbahn West und mittlerweile ist es so, die Partei hat selber Macht bekommen und merkt, okay, irgendwie braucht man ja auch Wachstum. Wir zumindest, wir finden es irgendwie ganz gut, wenn man dann ganz schnell von A nach B kommt. Annalena Baerbock braucht das für ihren Arbeitsalltag offensichtlich, um die besten Fotos machen zu können, auch noch beim Fußballspiel und dann am nächsten Morgen beim EU-Außenminister treffen zu sein. Aber die Doppelmoral daran ist ja auch, dass man sagt, wir ziehen den Nutzen aus diesen Wachstumsprojekten, aber die einfache Bevölkerung, die darf das nicht. Die soll mal schön auf Minuswachstum setzen, die sollen möglichst ihre Häuser mit komplizierten Umweltregelungen, da soll der Wert gemindert werden und die sollen möglichst umweltschonend heizen und sie sollen möglichst auch nicht so viel konsumieren. Also diese doppelten Standards, die da eingeführt werden und das ist was, was viele Leute einfach auch wahnsinnig stört. Ich bitte dich, Pauline, das ist kein Minuswachstum, das ist der Wohlstand des Weniger. Könntest du das bitte richtig formulieren? Ja, so schön kann ich das nächste Mal auch gerne. Minuswachstum ist glaube ich eine rechte Chiffre. Ja, ja, ganz schlimm. Das ist auch schon wieder sehr verleicht. Aber deswegen nochmal der Take von vorhin. Eine Außenministerin hat die Aufgabe durch die Welt zu fliegen und diplomatische Gespräche zu führen. Niemand kann Annalena Baerbock vorwerfen, dass sie mit diesem riesen Jumbo-Jet oder was das ist, ich glaube A5, Airbus A350 durch die Welt fliegt und da wichtige Menschen trifft. Aber sie hätte im Wahlkampf vorher nicht sagen dürfen, dass sie maximal wenig und wenn dann viel Linie fliegt und sie darf das nicht für ihre privaten Kram. Ein Fußballspiel, wo sie als Außenministerin und nicht Fußballspiel Das Nancy Faeser kommt, verstehe ich noch, weil sie noch die Sportministerin ist, obwohl ich auch das nicht so richtig verstehe. Aber die Außenministerin hat beim Fußball wirklich nichts aus beruflichen Gründen zu suchen, das ist rein privat und wenn dann solche Dinge passieren, dann dürfen und müssen wir sie kritisieren, weil eben dann zweierlei Maß gemessen wird und Deutsche hassen nichts mehr als Regeln, die nur manche einhalten müssen. Und hier haben wir einen Kommentar von Margot in unserem Live-Chat, er stößt genau in das gleiche Horn wie du, Julius. Die Politiker werden nicht dafür von unserem Steuergeld bezahlt, um sich mit lustigen Bildern in Szene zu setzen. Ich erwarte einfach, dass sie ihre Arbeit machen und genau darum geht es. Pauline, Doppelmoral, du wolltest kurz was sagen? Ich wollte noch einen interessanten Fakt hinzufügen und zwar ist es so, dass sich in Frankfurt ausgerechnet die grüne Partei vor der EM dafür eingesetzt hat, dass das Nachtflugverbot nicht ausgesetzt werden darf für die Spieler. Also es gab eben diesen Wunsch von den Mannschaften zu sagen, ja, wenn wir von dem einen Spielort zum anderen kommen, dann müssen wir vielleicht mal spätabends fliegen, weil das Spiel erst spät ist und wir danach gerne noch fliegen möchten. Und die Frankfurter Grünen haben gesagt, nein, Argument, das öffentliche Interesse kann nicht als Argument für die Aussetzung des Nachtflugverbots herangezogen werden. Aber, dass Annalena Baerbock sich dieses Spiel nur anguckt und schöne Selfies macht, das ist offensichtlich ein hinreichender Grund. Ja, und das ist im Übrigen auch kein öffentliches Interesse. Ja, ein sehr privates Interesse. Annalena Baerbock ist das öffentliche Interesse und das private Interesse, glaube ich, identisch. Das ist einfach dasselbe. Das ist das, was wir leider auch merken. Luisa Neubauer ist ja auch ein Paradebeispiel der Grünen. Sie wird ja auch Langstrecken, Luisa genannt, wie wir wissen. Das Tondokument zum Thema Doppelmoral im Podcast mit dem Berliner Komiker Kurt Krömer hören wir jetzt. Ich fahre gerade auf, also ich habe ja jetzt die Reise nicht abgebrochen, sondern auf dem Weg in dieses Flugzeug und dachte, ist das eigentlich PC, was ich jetzt hier mache? Ich fliege jetzt 15 Stunden mit dem Flugzeug einmal halb um die Welt rum und antworte jetzt Fridays for Future und sage, ja, setze ich mich für ein. War das falsch? Ist das richtig? Also ich habe gar nicht reagiert. Du hast gar nicht, dann hast du dich für gar nicht. Okay. Naja, ich dachte, es ist auch ein bisschen verlogen. Also einerseits würde ich denken, besser Doppelmoral als gar keine Moral. Man hat ja manchmal das Gefühl, die weiß ja gar nicht, was sie da erzählt. Das ist ja, also ich glaube, ich glaube, dass sie gar nicht weiß, was der Satz, den sie gesagt hat, bedeutet, weil man sich damit ja selbst zum Obst macht und sich selbst die, ich sage den Begriff immer in der Redaktionskonferenz, da gibt es Ärger, kognitive Dissonanz attestiert, die man da hat. Also man merkt nicht, dass es einen Zielkonflikt im eigenen Handeln gibt, sozusagen, wenn man es mal komplex ausdrücken will. Und an der Stelle, ich will Luisa Neubauer nicht vorwerfen, dass sie nach dem Abitur, ich glaube, sie war in Afrika und auch in anderen weit entfernten Stationen, und ich gönne das jedem jungen Menschen, weil das ist ja das Wunderbare an der Globalisierung, dass wir andere Kulturen kennenlernen, andere Sprachen, anderes Essen, Freunde finden auf der ganzen Welt, vielleicht ein Praktikum machen oder im Ausland studieren und die Welt sehen und sehen, wie schön sie ist, was ja auch dazu führt, dass man sie vielleicht bewahren möchte in Zukunft und so weiter. Aber ich kann danach halt eben nicht Nummer eins auf der Bühne stehen vom Brandenburger Tor und sagen, wie schlecht alle alles gemacht haben und irgendwelchen 60-jährigen Unternehmern, die große Firmen aufgebaut haben, du hast aber die, ihr seid daran schuld, wir haben einen großen CO2-Rucksack, bla 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 und hab das dann selbst gemacht. Deswegen dieser Langstrecken-Luisa-Hashtag, der ja lange Zeit mal unterwegs war, den will ich gar nicht bedienen, weil ich bin auch schon mal Langstrecke geflogen und das ist in Ordnung, aber ich darf halt, es geht immer darum, was fordere ich von anderen und was mache ich selbst und das sind halt grüne Perfekterinnen für sich nichts und für die anderen alles zu fordern oder das Gegenteil dann zu tun. Du sagst es, du gönnst es allen, um die Welt zu fahren, aber Luisa Neubauer ist eben so, ihre politischen Forderungen gönnen es eben nicht allen. Also nachdem sie einmal um die Welt geflogen ist, wie sonst kaum jemand, weil sie auch aus einer wahnsinnig privilegierten Familie kommt, sagt sie hinterher, oh, jetzt müssen aber alle aufhören zu fliegen und das geht halt viel leichter, wenn man die ganze Welt gesehen hat, das geht auch viel leichter, wenn man wie Luisa Neubauer permanent durch die Republik reist und nochmal zu diesem Zitat, es ist halt so, beim Eis zum Beispiel, kann man sagen, lieber doppelte Portionen als einfache Portionen, aber bei der Moral bedeutet, Doppelmoral einfach keine Moral. Ja, im Grunde heißt das so nach mir die Sinnfüge, was wir da erleben. Wir erinnern uns doch alle noch an die beiden Kollegen der letzten Generation, die nicht vor Gericht erscheinen konnten, weil sie leider in Bali im Urlaub waren und dann wurde gesagt, ja, die waren ja privat in Bali und die waren ja nicht als Aktivisten in Bali und dann soll dann der Mensch, der zur Arbeit möchte und vor sich da so fünf Hanseln hat sitzen sehen, denken so, okay, jetzt sind die gerade Aktivisten, die machen da gerade nur ihren Job oder so. Nee, Menschen wollen Regeln, die für alle gelten und für alle gleichermaßen umgesetzt werden und wenn diese Ungerechtigkeit entsteht, dann sind das die Dinge, die ein Land spalten können. Ja, es macht sich auch der Eindruck breit, dass es um die eigentliche Sache offensichtlich gar nicht geht, wenn die Protagonisten was ganz anderes leben. Baerbock, Habeck oder Neubauer, die Grünen haben das Zeitalter der Doppelmoral eingeläutet. Zuerst kämpfen sie mit aller Macht und Gewalt gegen eine Startbahn in Frankfurt, dann erzählen sie uns, dass Insekten besser sind als Fleisch und dass sich Süßigkeiten und Limos gefährlich zum Teufel scheren sollen. Letzteres machten sie ausgerechnet mit Ricarda Lang und das bringt auch Dieter nur in Wallungen. Schauen und hören wir hier mal rein. Dass sich ausgerechnet Ricarda Lang traut, das Volk in Ernährungsfragen erzieherisch lenken zu wollen, das macht mir persönlich Angst, weil die Politik wird für uns Komiker immer mehr zur echten Konkurrenz. Das ist das Problem. Guter Mann, der nur. Pauline, noch eine letzte Frage zum Thema Doppelmoral. Ich meine, ich finde, es ist im Grunde viel mehr als Doppelmoral, was wir hier erleben. Es ist im Grunde eine schamlose Verachtung des Bürgers. Es erinnert mich so ein bisschen an den Sonnenkönig Ludwig XIV. Und seine weltberühmte Aussage L'État c'est moi. Der Staat bin ich. Also hier wird das mit jeder dieser Aktionen im Grunde völlig frei und hemmungslos gezeigt. Wir machen, was wir wollen. Haben hier Baerbock und Co. mittlerweile die maximale Stufe der Selbstherrlichkeit, Bürgerverarsche und Ignoranz im Grunde erreicht? Oder geht da vielleicht noch was? Also die entscheidende Regel in einer Demokratie ist eben, für alle gelten die gleichen Regeln und gerade auch für die Menschen, die vom Volk gewählt sind. Und wenn das immer wieder missachtet wird, dann fühlen sich die Leute halt irgendwann von der Politik verarscht. Und genau das erleben wir. Wo Meinung noch zählt. News. Die Stimme der Mehrheit. Hier ist News Live. Der deutsche Sommer ist so kalt, dass die Behörden nicht einmal die Hitzetoten zählen. Große Hersteller von Wärmepumpen melden Kurzarbeit an. Dauerregen und mäßige Temperaturen erinnern im Grunde mehr an Spätherbst als Hitzesommer. Trotzdem spricht der Deutschlandfunk von einer bevorstehenden Hitzewelle und wie man sich davor schützen muss. Wenn man dieses Medium hört und weitere Hitzemeldungen liest, könnte man meinen, warum Deutschland noch kein Wüstenstaat ist. Warum das so nicht ist, darüber sprechen wir jetzt gleich. bei News Live. Pauline, Höllensommer des Jahrtausends, das klingt wie ein Katastrophenfilm, sind aber Worte eines Meteorologen. Land unter in weiten Teilen Süddeutschlands, Hochwasser, Dauerregen und Temperaturen unter 20 Grad. Wie kannst du dir diese, ja, alljährliche Panikmache im Grunde erklären? Also ich habe da hinten in der Redaktion einen Pullover in meinem Rucksack und einen bodenlangen, zwar dünnen, aber Mantel, den ich heute Morgen anhatte auf dem Weg zur Arbeit, weil mir kalt war. Es ist einfach ein großer Unterschied, den wir wahrnehmen in dem, was wir erleben draußen, wenn wir draußen sind, wenn es einfach im Moment sehr kalt ist für Juli und gleichzeitig diesen Warnungen. Und wenn du von Panikmache sprichst, es geht natürlich immer darum, daraus einen politischen Nutzen zu ziehen. Also diese übertriebenen Panikwarnungen, die dienen seit Jahren dazu, die Klimapolitik zu rechtfertigen und vor allem auch die irrsinnigsten klimapolitischen Maßnahmen zu rechtfertigen. Also es geht ja nicht nur darum zu diskutieren, was ist Klimawandel, wie stark ist er, wie zeigt er sich, sondern es geht darum, den Einzelnen zu beschränken und es geht darum, politische Konzepte umzusetzen und durchzusetzen, die, wie wir jetzt bei der Ampel sehen, teilweise völlig missraten sind. Julius, du hast ja für deinen Bericht, der jetzt auf news.de zu lesen ist, auch Recherchen betrieben und bei den Experten nachgefragt. Was ist dabei rausgekommen? Ich habe ja diese Überschriften auch gelesen und auch gestern Morgen diese Sondersendung da bei Deutschlandfunk, 50-minütiger Podcast über eben das Thema Hitzewellen und die gesundheitlichen Gefahren, die daraus entstehen. Da wurde Karl Lauterbach zitiert, der vergangenes Jahr ja auch seinen Hitzeschutzplan vorgestellt hat und so weiter. Und da habe ich mich erinnert, das RKI, das Robert-Koch-Institut, das macht ja nicht nur Corona-Pandemie und dergleichen, das zählt auch oder schätzt ab, wie viele Menschen sterben durch Hitze. Und da habe ich gefragt, liebes RKI, ich finde den Bericht gar nicht online, den Wochenbericht, der eigentlich immer hochgeladen wird. Wo ist der denn? Ja, die Antwort ist ja eindrücklich, dass diesjährige Monitoring startet, wenn die Wochenmitteltemperatur in Deutschland den Schwellenwert von 20 Grad Celsius übersteigt, sagt ja eine Sprecherin. Heißt übersetzt, es ist zu kalt, als dass das RKI beginnt zu schauen und abzuschätzen, wie viele Menschen bereits durch Hitze oder im Zusammenhang mit Hitze gestorben ist. Das muss man auch dazu sagen, es geht auch wieder um an und mit. Denn das RKI weist in seinen alten Bericht aus dem letzten Jahr ganz bewusst hin, dass nur ganz, ganz wenige Menschen wirklich an einem Hitzeschlag, an einer direkten Hitzeeinwirkung, also verdursten oder sowas, sterben. Die allermeisten sind hochbetagt und haben Vorerkrankungen und das Konglomerat aus Erkrankungen und vielleicht dann vergessen zu trinken und Hitze. Das ergibt dann den Hitze-Toten. Und zum Beispiel vergangenes Jahr wurde bereits die erste Juni-Woche ausgewertet, weil es da offenbar warm genug war, um auszuwerten. Und da sind dann 30 Menschen, wurde geschätzt hitzebedingt verstorben. Und das waren alles Menschen, die 85 Jahre und älter waren. Am Ende des Jahres waren es dann insgesamt 3200 Hitze-Tote, die geschätzt wurden sind. Und auch von denen waren weit über 80 Prozent, 85 Prozent, 75 Jahre oder älter. Also es geht um ein Phänomen, das allen voran hochbetagte Menschen, die in der Regel, logischerweise, gewisse Vorerkrankungen haben, betrifft. Und man muss natürlich sagen, dass jeder Tod ist traurig, aber das ist leider ab einem gewissen Alter einfach normal, dass man oder der Körper damit nicht mehr klarkommt. Großartig und schmunzelt zu diesem Thema war ja der Deutschlandfunk gestern Morgen. Kurz vor den 9 Uhr Nachrichten hörte man Folgendes. Die kommende Nacht wird tropisch. Es ist überall im weltweiten Mittel zu warm. Weltweit der heißeste Monat seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen. In den letzten 20 Jahren sind Temperaturrekorde immer häufiger geworden. Das hat Folgen für unsere Gesundheit. Einerseits natürlich durch Extremwetterereignisse, aber auch die Klimakrise an sich als Belastungsfaktor. Herzkreislauferkrankungen nehmen zu. So wie Krankheiten, die bislang nur auf tropische Regionen beschränkt waren. Da sind natürlich zu nennen die Ausbreitung der Tigermücke, die eben Ausbrüche von eigentlich tropischen Erkrankungen in Europa ermöglicht hat. Was kann man tun, um gut durch den heißen Sommer zu kommen? Sprechen Sie mit unseren Experten in der Sprechstunde. Entschuldigung, dass ich lachen muss. Ja, was kann man tun, um durch den wahnsinnig heißen Sommer zu kommen? Zunächst mal nicht den Deutschlandfunk hören, dann mal die Realität checken. Ich habe mir heute Morgen, also ich persönlich habe mir den Arsch abgefroren, als ich das Haus verlassen habe. Das ist aber auch eine Frierkatze, oder? Ja, ja, ich bin extrem empfindlich, ganz klar. Dieser Sommer ist nicht heiß. Und wir alle empfinden es auch so. Also hier will man dank massiver Gehirnwäsche die Menschen dazu bringen, das Gegenteil von dem zu glauben, was sie erleben. Und ich sage es jetzt mal mit Herbert Grönemeyer. Was soll das? Genau, das ist diese Frage, die Frage der Wahrnehmung. Also, ich bin ja der Überzeugung, dass es einen Klimawandel gibt. Und jetzt sagen Experten... Pauline, den gibt es schon immer, sonst hätten wir keine Eiszeit gehabt. Das ist ja klar. Ja, aber er beschleunigt sich jetzt. Das wäre jetzt eine eigene Diskussion, die jetzt zu weit führen würde. Aber was ich den entscheidenden Punkt finde, Klimaexperten weisen ja gerne darauf hin, dass es einen Unterschied zwischen Wetter und Klima gibt. Also, Wetter ist was Kurzfristiges, was wir sehen, was wir fühlen, wahrnehmen. Klima ist etwas, was wir im Alltag nicht so wahrnehmen, weil es da eben um die Entwicklung über einen längeren Zeitraum geht. Und jetzt haben die Klimaaktivisten und auch Leute aus dem Deutschlandfunk mittlerweile und so weiter sich angewöhnt, immer wenn das Wetter zu ihren Gunsten ist, also wenn es extrem heiß ist oder wenn es riesige Überschwemmungen gibt, zu sagen, schaut mal, da seht ihr es. Das ist der Klimawandel. Wenn das Wetter aber gerade nicht das macht, was sie möchten, wenn es nicht ihre Thesen bestätigt, dann wird gesagt, ja, das Wetter hat überhaupt keine Aussagekraft. Also man ist quasi als Bürger gezwungen, egal ob das Wetter den Klimawandel bestätigt oder ob das Wetter den Klimawandel nicht bestätigt, daraus zu schließen, dass der Klimawandel ganz schlimm ist, dass wir sofort handeln müssen. Und das ist dieser ideologische Anteil daran. Das ist wie so ein Spielautomat, wo man unterschiedliche Münzen reinsteckt, aber es kommt immer dasselbe raus. Also in deren Argumentation kommt immer der Klimawandel raus. Und dann denkt man irgendwann als Bürger, da kann man doch nicht mehr sinnvoll mitgehen. Das Spannende ist ja, wir haben es auch eben gerade gehört, wenn eben das deutsche Wetter kein Beleg ist, dann ist es irgendwo anders, das Wetter, das der Beleg ist. Es wurde ja gerade auch der Begriff der Jahresmitteltemperatur, das ist ein ganz komplexer Algorithmus, der irgendwie versucht, aus ganz, ganz vielen Wetterstellungen auf der ganzen Welt irgendwie die gemeinsame Temperatur zu entwickeln. Dann wurde ganz oft über die Meeresoberflächentemperatur des Atlantik gesprochen, die auch kein Mensch nachvollziehen kann. Das Entscheidende, also wenn ich jetzt, ich bin ganz bei Pauline, logischerweise gibt es den Klimawandel, das ist total spürbar, messbar, wissenschaftlich gut belegt und auch durch den Menschen stark befördert, stark beeinflusst, stark nach vorne getrieben, durch den CO2-Ausstoß, da glaube ich, gibt es keine Frage. Aber wenn ich das Problem besprechen, den Menschen erklären und lösen möchte, muss ich mir die Frage stellen, wie funktioniert das? Wie nehme ich Menschen mit? Wie erkläre ich es ihnen? Und wie mache ich ihnen die Dringlichkeit verständlich? Und wenn Menschen eine Jacke am, den 3. Juli haben wir heute, am 3. Juli mit Jacke zur Arbeit morgens fahren, dann kann ich halt nicht im Radio über den Hitze-Höllensommer und Hitze-Tote sprechen. Da muss doch jedem Redakteur klar werden, die halten uns für bescheuert, weil die gucken sich eben nicht die Wetterdaten von, weiß ich, der heißen Wüste in der Türkei oder wo Indien waren, glaube ich, letztens Fotos unterwegs, wo es jetzt so heiß ist. Das gucken sie sich alle nicht an. Ich kann nicht von Hitze-Hölle reden, wenn es 13 Grad sind morgens im Juli. Und diese, ich wiederhole das Wort, kognitive Dissonanz müssen sowohl Politiker als auch Aktivisten als auch Medien hinbekommen, dass die Menschen nicht sagen so, was wollen die denn von mir? Es regnet doch und es ist doch total kalt und es ist total doof. Ich habe einen Ostsee-Urlaub gebucht und es wird ins Wasser fallen. Es ist doch alles Mist. Wo ist denn der Klimawandel? Denken, was natürlich vereinfacht ist. Das ist ein ganz, ganz großes Problem, wenn man da irgendwie in der Debatte vorankommen möchte. Und dann muss man den nächsten Schritt denken, wie löst man das Problem? Fakt ist nun mal, mit den aktuellen Maßnahmen, die wir auf der Welt so betreiben, lösen wir ihn nicht. Wir als Deutschland können ihn alleine nicht lösen. Also muss ich mir Gedanken machen, wie ich es global hinbekomme und nicht dem Deutschen vorschreiben, welche Heizung er da irgendwie reinbaut, um 0,000, weiß ich wie viel Grad, Veränderungen herzustellen. Sondern ich muss mir Ideen überlegen, wie ich und Menschen werden nicht aufhören, reicher werden zu wollen, wie ich Wohlstand von CO2-Ausstoß löse. Das wird die einzige Lösung sein, den Klimawandel aufzuhalten, zu begrenzen, vielleicht zurückzudrängen, wie auch immer. Aber ich werde es nicht durch Verzicht, nicht durch Du-Du-Du, nicht durch Moral und schon gar nicht durch Doppelmoral hinbekommen. Wir bleiben jetzt gleich nochmal beim lustigen Deutschlandfunk und seinen Überzeugungsversuchen. Das wurde ja noch besser. Wir haben ja eben schon einen Einspieler gehört. Wir hören jetzt noch einen weiteren. Die Presse oder die Sprechstunde eröffnete Karl Lauterbach. Jetzt wird es lustig. Hören wir mal rein. Zum einen steigen hier die Temperaturen sehr deutlich. Es hat in den letzten zehn Jahren 45 Prozent mehr Hitzetage als im Jahrzehnt davor gegeben. Und zum Zweiten, wir haben natürlich auch in Westeuropa eine alte Bevölkerung und eine Bevölkerung, die in den Städten oft lebt. Und da ist die Belastung besonders ausgeprägt. Der Klimawandel hat Folgen für die Gesundheit. Davor warnt nicht nur Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, den wir gerade gehört haben. In den letzten 20 Jahren sind Temperaturrekorde immer häufiger geworden. Auch die mittleren Temperaturen steigen. So war das Jahr 2023 fast durchgängig anderthalb Grad wärmer als das vorindustrielle Mittel. Pauline, das muss doch jetzt im Grunde sehr enttäuschend sein für die Klimaapokalyptiker. Da hat ja Lauterbach jetzt schon die einschränkenden Maßnahmen in der Schublade, die Hitzeschutzpläne in der Schublade und dann macht dieser Sommer einfach nicht mit. Was erlauben Sommer? Glaubst du, dass die diese Panikmache durchziehen, auch wenn dieser Sommer bitter kalt bleiben sollte? Das kann ich noch nicht voraussagen, aber ich finde, Karl Lauterbach ist das perfekte Beispiel. Also das ist ein Politiker, der über eine Krise, nämlich die Corona-Pandemie, aufgestiegen ist, seinen ganzen Ruhm, der Panik verdankt. Und jetzt ist er, seitdem diese Pandemie weg ist, quasi ohne Thema und hat sich komplett auf dieses Klimawandel-Thema fokussiert, hat Hitzeschutzpläne im Köcher, überlegt schon Einschränkungen, wie man bei besonders heißen Tagen irgendwie öffentliche Veranstaltungen beschränken kann, dass nicht so viele Leute da einen Hitzeschlag bekommen, wo man eigentlich denken kann, das können die Leute schon noch selber entscheiden, ob es ihnen zu heiß ist oder nicht. Und diese Instrumentalisierung der Klimapolitik für die eigenen Zwecke, dafür ist er einfach das lebende Beispiel. Ich will mal ganz kurz aufgreifen, was überhaupt ein Hitzetag ist, den Lauterbach da ja beschreibt. Das ist ein Tag, an dem die Höchsttemperatur 30 Grad überschreitet. Und das waren es in den vergangenen Jahren, 2021 waren es 5, 2020 waren es 11 oder 12 und so weiter. Also bis hoch zu 20, das war das Schlimmste, 30 Grad. Also ich habe mich immer gefreut, wenn 30 Grad war, weil dann konnte ich ins Freibad gehen oder so. Was natürlich richtig ist, man hat da einen Punkt. Es ist Fakt, dass etwas mehr Menschen an oder mit, wie gesagt, Hitze sterben. Aber der entscheidende Punkt ist, dass Menschen sich an solche Dinge anpassen können. Mitigation heißt da das Fachwort. Ich kann Klimaanlagen einbauen, ich kann mich dessen bewusst machen, mehr trinken, darauf achten, Zimmer abdunkeln und dergleichen. Das ist nämlich der entscheidende Punkt. Der Grund, warum so viele Menschen im hohen Alter an Hitze sterben ist, weil Krankenhäuser und Altenheime und kleine Wohnungen von Rentnern, die nicht viel Geld haben, in der Regel nicht gekühlt sind, also keine Klimaanlage haben und es unfassbar teuer wäre, all diese Einrichtungen, Institutionen und Wohnungen damit auszustatten, weil damit wäre das Problem erstmal, wenn es wirklich darum ginge, Tote zu verhindern, gelöst. Aber es geht natürlich um mit dem Phänomen Tote durch Hitze, Politik und Angst zu machen. Ja. Wir kommen abschließend noch zu einem kleinen Kommentar. Bernd Klemmes schreibt in unseren Live-Chat, Fakt ist, dass es vor 40 Jahren viel wärmer war als heute. Ich bin 62 Jahre alt und lasse mich von diesem Wahnsinn der Lügen nicht mehr verarschen. Das ist seine Wahrnehmung. Er muss jetzt dazu sagen, dass der Plural von Anekdoten nicht Daten ist und da die Daten was anderes sagen. Ja. Der Sommer ist so kalt, der deutsche Sommer, dass die Behörden nicht einmal mehr Hitze tote zählen. Die vorzügliche Reportage von Julius Böhm lesen Sie natürlich auf unserer Homepage. Klicken Sie dafür news.de n-i-u-s.de Und jetzt zum guten Schluss nochmal was in eigener Sache. Schön auf jeden Fall, dass Sie jetzt bei News Live sind dabei. Aber unser kleines News-I-Versum bietet ja noch viel mehr. Denn es gibt zum Beispiel News auch zum Hören. Hören Sie einfach mal rein bei News Radio zum Beispiel. Sie erwartet eine riesengroße Playlist. So viel kann ich schon mal versprechen. Sie werden überrascht sein, wie viel Musik in so einen Radiosender passt. Dazu Nachrichten und unsere erfolgreichen Video-Formate wie Achtung Reichelt, Schuh da fragen, was ist oder stimmt der Nachrichten Talk zum Hören. Und News Live gibt es übrigens auch als Podcast bei Spotify zum Nachhören, zum Beispiel beim Autofahren oder unterwegs. Ja, also klicken Sie mal vorbei, hören Sie mal vorbei und haben Sie Spaß mit uns. Das würde uns sehr fröhlich machen. Kurz zum Schluss vielleicht noch. Worauf freut ihr euch heute noch? Gibt es da was, Julius? Also ich freue mich heute, wenn ich auf dem Heimweg von der Arbeit uns einfach nochmal höre bei Spotify als Podcast. Ich höre mal Pauline sehr, sehr gerne zu. Dankeschön. Und ich möchte noch darauf hinweisen, dass in unserer neuen App ein kleines Knöpfchen ist, wo man draufdrücken kann und dann auch Radio hören kann. Und wenn ich morgens hier nicht in der Sendung bin, höre ich mir das auf dem Weg immer an. Dann komme ich hierher und dann treffe ich die Kollegen, die ich gerade noch gehört habe im Radio. Ja, morgen sehen und hören wir uns wieder. Dann mit den Newsreportern Pauline Voss. Wir freuen uns auf dich morgen wieder. Mich auch. Julian Reichelt ist mit am Start und für sie gilt wie immer, nur wenn Sie möchten. Wir möchten Sie zu nichts zwingen. Kommentieren Sie weiter fleißig, abonnieren Sie unseren Kanal, sagen Sie es weiter allen Menschen, die Sie mögen und die Ihnen wichtig sind. Und bitte immer dran denken, der Tag beginnt mit News. Bis zum nächsten Mal.